Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Sims 2 mit Familie Reich In der letzten Folge kam unsere liebe Kati Reich von ihrer Arbeit zurück Und ja, ihr seht hier oben Und seitdem war Justin, holt die Kohle ab, also die scheiß Post Bekloppte Rechnung Wie geht's dir so, Madame? Achso, okay Gehst jetzt auf Toilette und dann kannst du, glaube ich, auch duschen gehen Und ja Ich mach hier mal eben die Wände runter, dass man hier was sehen kann Und ja Wer ist das? Habe ich einen Butler engagiert? Habe ich einen Butler engagiert? Keine Ahnung Äh, achso, okay Was ist hier mit dem Bett? Alles in Ordnung? Was? Ja, ähm Ich hatte gerade ja eine Folge aufgenommen Äh, mit der lieben Penny und so Oh, ja So, du legst dich hin Wieso sind hier so viele Leute in meinem Haus? Ja, gesagt, auf meinem Boot Warum? Wer ist das? Wieso ist der hier? Ach ja, stimmt Ich hab doch ein Dings engagiert Äh, ja Stimmt Hab ich jetzt vergessen Also hier ruckelt das am meisten Aber das macht ja nichts So Du bist schlafen Was machst du? Du bist duschen Kannst du mal ein bisschen Dann kannst du Was kannst du machen? Äh, brauchst denn du die Rechnung Ich bin fertig, alles sauber bis morgen Ja, bis morgen Ähm, wo hast du denn die Rechnung hingelegt? Das weiß ich doch Wo hast du die Rechnung hingelegt, my friend? So, jetzt muss ich mal eben gucken Wo er die Rechnung hingepackt hat Ach, da am Tisch liegen sie doch So Oh, ist das Wenn das so hakt, ne Dann, äh Oh, ey Ist das schlimm hier, wenn das so hakt Komm Mein Gott Rechnung bezahlt 468 Simonions Ist ja nicht so, dass Äh Hör auf zu trainieren rein Aha Zahl Rechnung Ich frage mal für Justin Was arbeitet der überhaupt nochmal Was habe ich dir denn für einen Job gegeben? Was kommt? Achso, der ist ja Sportler Äh Was machst du? Nee, ging es eigentlich krank? Soweit ganz gut Ne, my friend So Dann kannst Ich sag mal lieber nichts Huch War ein bisschen zu schnell So Dann kannst du nämlich mal das hier benutzen Und du hörst mal wieder auf zu schlafen Was ist das hier für eine? Olga Conträr Uh, eine Conträr Energie Du zahlst jetzt die Rechnung Oh, Junge Du bist aber ganz schön gut trainiert heute, ne? Ähm Könntest dich eigentlich mal Ich weiß nicht, ob das auch was bringt Dich mal hier hinsetzen Nickerchen machen Nochmal Nickerchen auf Der Liga Oh, ey Das ruckelt und hackt Und Oh, es hackt Es hackt Es hackt Ich glaube, es hackt man, ja Warum hackt das denn? Neuer Spruch Wenn es ruckelt, es hackt Anstatt hakt Es hackt Okay, die Rechnung hast du bezahlt Das ist schön Da fährt gerade die Gemeinschaft für ihn los Hör auf zu trainieren Geh arbeiten Ja, ja, ich komm ja schon Wann mal ein bisschen schnell hier Ja, ja What the fuck Sorry für diesen Ausdruck Wie sieht er Wie sieht er denn aus? Gleich mal ein paar Screenies machen Oh, das sieht toll geil aus Das sieht echt mega aus Ich will mich noch mal ein bisschen kurz drehen So Ah, zu weit So Justin als Lava Haha, wie geil Das sieht ja echt sweet aus Komm, lauf Nur weil ich jetzt hier bin Die Nachbarn haben wieder irgendein Problem unten Verrücken wieder ihre Möbel Kennt man ja hier im Hause nicht anders So Oh ja, hör auf zu hupen, Mann Geh mich auf die Nerven, Mann So 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 Mal fast Screenies machen Ey Mal gerade ein Foto und die hebt die Handeier Haben die Problemchen, Mutterchen oder Ich glaube aber doch, das hilft ein bisschen Ach, sie ist schlecht und er ist weg, deswegen Ach so, okay Mädchen, hör auf zu schlafen Hör auf, du brauchst Spaß Geh mal Äh Roman schreiben Chatten mit Jobs suchen Lebensmittel müssen spielen Sims 3 Klingt als bekloppte Telefonlau noch Hier stimmt jemand, aber sie ist es nicht Hör auf, wir haben das Telefon So Hier brauchen wir 28 Tage Bis ihr altert Ich hab irgendwann das YouTuber-Dorf hier mal ein bisschen In die Mitte gerückt Folge kommt auf alle Fälle am Freitag Hey Kati, kann ich Justin sprechen? Ach guck mal Ich ruf einfach mal bei einer reichen Familie an Oder ist das Nee, da bin ich ja Hey Kati, kann ich Justin sprechen? Nein, Justin ist nicht da Der ist arbeiten Der muss Geld nach Hause bringen, der Alte Leute Alles Gut So Was machst du? Ah, du möchtest Bilder spielen Wenn es dir Spaß macht Eigentlich könntest du gleich mal was hier in der Küche kochen Zu Abendessen servieren Man kommt ja nicht nach Hause Wann kommst du nach Hause, mein Freund? Um 21 Uhr kommst du nach Hause So, dann kannst du mal was kochen Wir haben Nudeln mit Käse Aber lass nichts anfangen, ja? So Aber ich muss sagen, das ist mir gut gelungen Auf alle Fälle, wenn Ich hab ja auch vor, sobald Justin gleich nach Hause kommt Äh, mal ein kleines Techtel-Mächtel mit dem zu machen So wie in der allerersten Folge Äh, voll der Back, aber egal Ähm, dass wir dann halt Was war das? Dass die Familie dann halt noch ein Baby bekommt Dass wir dann auch mit dem Äh, befördert werden Geld verdienen Wir loggen das mal für dich ein, meine Liebe Im Inventar hast du nichts Guck mal, guck mal hier wieder Alles buggy, ey Ja, ich komm gleich Muss noch ein Let's Play aufnehmen Dann kann ich kommen Hm, ja, Familie Achso So Wo sind deine Freundin, die du mitgebracht hast? Ist sie noch da oder haben wir sie schon? Nicht, dass die mir hier im Pool ersoffen ist Aber das juckt mich nicht Ja Ich hab hier auch mal ein paar Häuser eingestellt Ah, Hilfe Hier Hier steht ein Haus Und auf der anderen Seite steht auch noch ein Haus Ich weiß nicht, ob man das sehen kann Okay, YouTuberdorf Oh, das hackt Da Wenn er es gerade kurz gesehen hat Da Da oben steht noch ein Zwei-Zimmer-Häuschen Ah, Hilfe Ach man, das ist doch scheiße Wenn das so buggy ist Ach, hoch So Wo hast du denn jetzt das Essen hingepackt? Uh Ey, wo hast du das Essen hingepackt? Ach da So Kannst du das gleich mal bitte Ähm In die Küche holen Und dann Ich will Hammer Noch Zeit, Hammer So Komm, er ist schneller Da läuft wieder jemand Wer ist das? Kenn ich Aber egal Hier oben ist leider keine Toilette Meine Liebe Aber egal So Kannst du mal hier das benutzen Hier benutzen Da kannst du mal ein bisschen trainieren Oh Hier mal da trainieren Wenn es ein junger Wirt kommt Äh Der halt hier rein Oder Ich habe, wie schon gesagt Ihr habt den Live-Film ja gesehen Was ich mit der Yacht gemacht habe Also Das hier ist irgendwie voll unnötig Hier ist voll der Riesen Raum Aber egal Mach mal Bewege deinen Hintern schneller Madame So Machen wir hier mal ein bisschen Zackig Flotty So Da kommt auch der liebe Justin wieder In sein Maskottchenkostüm Yay So Oh ja Hör auf gut zu mal Meckern, Alter Ja Selber Schuld Muss ich nicht bei 35 Grad In so einem komischen Kostüm rumhängen Du hast diese Socken zwar ausgesucht Also Also hör auf dich zu beschweren So Dann kannst du Warte Hör mal auf Achso Fals Nö Je nach kann Privattrainer werden Oh geil Wie geht das denn Privattrainer werden Bäh Geh duschen Mann Geh duschen Mann Oder du stinkst So Hoch Falte Taste Egal Geh mal ein bisschen näher ran hier Muss ja auch mal was sehen Oh Und der Justin ist fertig Möchtest du nicht privat trainieren Oh Wir warten bis sie fertig ist Was möchtest du mal trainieren Okay Kannst du dich gleich mal mit deiner Frau weiterhin beschäftigen Auch im Leben gibt es schöne Sachen Kannst du nicht duschen gehen Ach man Was ist denn mit der Dusche nicht in Ordnung Kommst du da nicht rein oder was Bist du wegen dem Waschbecken oder so Oh ey Ich höre das jetzt da mal kurz hin Aha Es war doch wegen dem Waschbecken Hat noch Okay Erst trainieren Super 16 Minuten noch Und dann Nenn ich die Folge Hm Geht ja mittlerweile auch fast 20 Minuten Bist du eigentlich fertig Jetzt mal mit duschen Du hast genau so wenig Freude An deinem Leben Hm Freude Aber die Umgebung scheint gut zu sein Nur die Energie ist dann halt Ein bisschen scheiße Aber egal Achso Hör mal auf Geh mal hier hin Geh mal Geh dich mal mit deiner Freundin Äh Äh Was möchtest du jetzt machen Habe ich dir 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 das erlaubt Nein Habe ich nicht Zum Abchecken Küssen Rumpschmusen Reden Tratschen So Dann könnt ihr beiden Euch jetzt mal Danach entspannen Du auch Und dann geht es gleich los Ja Ist gut Hört auf Ich rum zu Knutschen Na Tratschen Was Oh ja schön So Baby machen Ah Scheint wohl zu funktionieren Ja Okay Das funktioniert Okay Man könnte auch Schlafen Ah Hat das nicht funktioniert Ist aber doof Jetzt Ja Ich fange aber Das für Katja Ich fasse nicht Das war einer So eine O Da habe ich Jetzt nicht Daran gedacht Und das ist auch schon Hör auf zu schlafen Geh arbeiten Das sind ja vielleicht Schrottkarren Oh das ist nicht so ein Auto Bis jetzt Hallo Hallo Gehst du bitte arbeiten Ah geht doch So So Hang on So Hang on Nur zwei Minütchen So benutzen Dann kannst du Äh Hä Hä Wo ist das denn Äh Wo ist denn Ich habe doch gesagt Die soll die Sachen weglegen Dann holst du einfach mal Random Waffeln Kannst du nicht mal abspülen Oh ne Willst du jetzt arbeiten Ja sie ist arbeiten Boah hab ich mich jetzt erschrocken Kannst du damit noch ein ne Außer betrachten So Du hast Hunger Und danach kannst du auch gleich wieder Ins Bettchen gehen Kann man da mal Ne schade Hä Hast du jetzt was gegessen Oder nicht Stopp mal Ah doch Ja sollst du ja essen Ups Hä Warum Hä Aha Hallo 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 Gefürte Waffeln nehmen Hallo Hör auf Es qualmt Doch Bist du doof Oder was Kannst du dich doch nicht Einfach verpissen Vielleicht brennt das ja schon wieder Ich sehe ich schon wieder kommen Oh Hilfe Mann Ja Selber schuld Ich hoffe ich hätte das jetzt nicht mitgekriegt Moment Das ganze Ding hätte gefackelt hier ey Egal So und danach Kannst du Schlafen gehen Unterwäsche So Oh diese komische Büste hier So Äh Ach man Hallo So 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 meine Lieben Ich würde mal sagen Das war es wieder von dem kleinen Let's Play hier Einige hatten mich auch gefragt Ob ich nicht mal was anderes machen könnte Wie Vlogs und so Habe ich auch vor Wird auch kommen Habe ich glaube ich auch schon im letzten Video gesagt Äh Dass ich mal was anderes versuche Aber egal Das wird noch kommen Vlogs und so Und scheiß Aber ich würde sagen Fürs erste war es dann wieder mit der Folge Wir sehen uns in Wir hören Oder sehen uns in einer nächsten Folge Und ja Vergesst keinen Daumen da zu lassen Kommentar Oder ein Abo Glocke aktivieren Dass ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpasst Und ich würde sagen Ich bin aus Ihr geht raus Und Tschüss Ich bin aus Ich bin aus